In diesem Video geht es um die besten Radiowecker. Der Qualitätssieger in unserem Radiowecker-Test geht an das Technisat Digitradio 51. Neben der Uhrzeit können Sie sich auch weitere Informationen zum aktuellen Programm auf dem 4,5 Zoll großen und dimmbaren LCD-Display anzeigen lassen. Zudem können Sie die Abschaltdauer der Displaybeleuchtung individuell einstellen. Der 1,5 Watt starke Monolautsprecher sorgt mit Ihrer Lieblingsmusik für gute Laune am Morgen. Zusätzlich können Kopfhörer an der Rückseite des Radioweckers angeschlossen werden, um das Radioprogramm entspannt zum Einschlafen zu genießen. Die Wurfantenne empfängt die modernen DAP Plus Radiosender in Ihrem Empfangsgebiet sowie bundesweite Radiosender für einen glasklaren Radiogenuss. Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zum laufenden Programm. Speichern Sie Ihre beiden Lieblingssender auf den Schnellwahltasten auf der Oberseite ab. So ist Ihre Lieblingsmusik nur einen Knopfdruck entfernt. Stellen Sie Ihre Weckrhythmus mit den zwei Weckzeiten individuell ein. Die Snooze-Funktion und der Sleep-Timer sorgen für einen umfangreichen Komfort. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bufbi-Radio-Wecker. Glow ist ein digitaler Wecker, FM-Radio und Nachtlicht, alles in einem. Anpassbare Nachtlichtfarbe, Helligkeit, Weckton, Lautstärkepegel. Es verfügt auch über einen variablen Wählscheibendisplay-Dimmer, sodass Sie es leicht auf die Helligkeit oder Dimmness einstellen können, die Sie wollen. Glow bietet sieben Farben Nachtlicht und fünfstufig einstellbares Umgebungslicht. Die beleuchteten Tasten helfen Ihnen, es im Dunkeln leicht zu bedienen, wenn Sie es einstellen wollen. Sie müssen nicht mehr im Dunkeln in der Nacht herumfummeln. Glow bietet einen dualen Alarm, der gleichzeitig eingestellt werden kann und Sie mit drei Tönen aufweckt. Ihrem Lieblingsradiosender, dem eingebauten Piepton oder Vögeln. Die Lautstärke des Weckers ist einstellbar und wird langsam erhöht, um Sie nicht zu erschrecken. Der Wecker verfügt über einen Nickerchen-Timer, drücken Sie einfach eine einzelne Taste, um ein Nickerchen von 10 bis 120 Minuten einzustellen, ohne Ihre regulären Weckprogramme zurücksetzen zu müssen. Sie können auch einen Sleep-Timer einstellen, um sowohl das Nachtlicht als auch das UKW-Radio automatisch auszuschalten. Es ist einfach und bequem zu bedienen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Radio-Wecker-Test ist der Philips Radio-Wecker. Der UKW-Radio-Wecker ermöglicht klaren Radioempfang von Musik und Nachrichten. Nehmen Sie außerdem 10 Voreinstellungen für Ihre Lieblingssender vor. Ein digitaler Radio-Wecker ist die ideale Einschlafhilfe. Der Sleep-Timer begleitet Sie bis zu zwei Stunden in einen erholsamen Schlaf und schaltet sich im Anschluss automatisch aus. Nutzen Sie den doppelten Alarm des digitalen Weckers und lassen Sie sich mit der Funktion für sanftes Wecken, welche die Lautstärke langsam erhöht, ruhig aus dem Schlaf holen. Der Radio-Wecker bietet zusätzlich ein Batterie-Backup, damit Ihre Einstellungen bei einem Stromausfall gesichert sind. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.